Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die heutige Yoga-Einheit ist ein ganz wundervoller Ganzkörper-Flow, der, wie es der Name schon verrät, euren gesamten Körper fordert und euch aus eurer Komfortzone herausholt. In ziemlich genau 45 Minuten stärken wir sowohl Bein- und Gesäßmuskulatur, Bauch und Rücken, als auch Arme und Schultern. Glaubt mir, die Zeit vergeht dabei wie im Pfluge und selbstverständlich kommen auch Dehnung und Entspannung nicht zu kurz. Alles, was ihr braucht, ist bequeme Kleidung, eine Yogamatte und wenn ihr möchtet eine Decke, um euch in der Schlussentspannung zuzudecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser herzöffnenden und energetisierenden Yoga-Einheit und freue mich wie immer über euer Feedback in den Kommentaren. Abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen und dann würde ich sagen, auf die Matte und los geht's! Wir beginnen in Rückenlage. Leg deinen Körper flach im Boden ab, stell die Füße mattenbreit auf und lass die Knie ickzig aneinanderfallen. Deine Hände ruhen entweder ganz schützend auf deinem Bauch oder entspannt neben deinem Körper Handflächen zeigen nach oben. Schließe sanft deine Augen und nutze den Beginn dieser Yoga-Einheit, um erstmal ganz bewusst anzukommen. Nimm wahr, wie dein Körper aufliegt, nimm wahr, welche Bereiche deines Körpers den Boden berühren. Erlaube dir hier ganz schwer zu werden und gib dein gesamtes Körpergewicht satt an den Boden ab. Und dann fasse gerne eine Intention für die heutige Yoga-Einheit. Warum hast du heute deine Matte ausgerollt? Warum bist du heute hier? Wie möchtest du dich heute nach dieser Yoga-Einheit fühlen? Formuliere gedanklich dein Warum, ganz klar und deutlich. Und dann vertiefe deinen Atem. Zieh die Atemzüge in die Länge. Mit jeder Einatmung füll die Lungen komplett und mit jeder Ausatmung werde ganz leer, zieh den Nabel sanft Richtung Wirbelsäule ran. Mit jeder Einatmung nimm neue Energie auf. Mit jeder Ausatmung lass alles Alte allen Ballast los. Und dann atme nochmal ganz tief durch die Nase ein. Und klärend durch den geöffneten Mund wieder aus. Wunderbar. Von hier aus streck deine Beine, zieh die Arme lang nach hinten über den Kopf und beginne deinen Körper hier zu strecken und zu räkeln. Spür dabei die Dehnung in deiner Bauchdecke, die Länge in deinen Flanken. Und dann auch hier nochmal einen ganz tiefen Atemzug ein. Und aus. Sehr gut. Dann zieh einmal dein rechtes Knie zu dir ran. Linkes Bein bleibt am Boden ausgestreckt, linker Fuß geflext. Atme tief ein. Und aus. Und dann zieh dein rechtes Knie etwas mehr nach oben Richtung rechte Schulter. Und spür mal, wie sich das Gefühl in deiner rechten Hüfte dadurch verändert. Auch hier ein Atemzug ein. Und aus. Und für eine ganz sanfte Drehung bring dein rechtes Knie rüber zur linken Seite. Streck deinen rechten Arm aus. Der Blick geht zur Decke. Oder wenn der Nacken okay ist, Richtung Hand. Einen Atemzug in die Rotation deiner Wirbelsäule schicken. Und dann komm zurück zur Mitte und wechsel die Seiten. Zieh dein linkes Knie zu dir ran. Streck dein rechtes Bein am Boden aus. Flex den rechten Fuß. Und dann zieh dein linkes Knie noch ein Stückchen mehr zu dir ran und nach unten. Atme tief ein. Und aus. Und dann bring dein linkes Knie wieder mehr zur linken Seite. Und zieh es nach oben Richtung linke Schulter. Spür die Öffnung deiner linken Leiste. Ein Atemzug hier. Tief ein. Und aus. Und für eine kurze Drehung bring dein linkes Knie rüber nach rechts. Streck den linken Arm zur linken Seite aus. Blick zur Decke oder optional zur linken Hand. Atme hier ganz tief ein. Und aus. Sehr gut. Dann komm wieder zurück zur Mitte. Und für die Schulterbrücke. Stell nun deine Füße hüftbreit auf. Innenkanten parallel. Und wandere mit deinen Füßen so nah Richtung Gesäß. Dass du mit deinen Fingerspitzen fast deine Fersen berühren kannst. Mit der nächsten Einatmung. Roll dein Becken wirbel für wirbel nach oben. Nimm die Arme mit lang nach hinten über den Kopf. Und mit der Ausatmung lass dein Becken wirbel für wirbel zum Boden sinken. Die Arme folgen der Bewegung. Noch mal so einatmen. Einatmen. Becken heben. Die Arme gehen mit. Die Po-Muskulatur aktivieren. Und ausatmen. Und ausatmen. Auf Anfang zurück. Noch dreimal so. Einatmen. Einatmen. Becken und Arme heben. Füße mehr erden. Ausatmen. Kontrolliert ablegen. Einatmen. Wieder heben. Becken ein Stückchen höher. Nabel zieht ran. Und ausatmen. Abrollen. Becken zum Boden sinken lassen. Letztes Mal so. Einatmen. Mit Becken heben. Die Arme gehen mit. Und ausatmen. Langsam und geführt zurück. Ausgangsposition. Von hier aus. Bring deinen rechten Fuß aufs linke Knie. Und den rechten Fuß dabei unbedingt flexen. Dann winkel die Arme an. Sodass die Unterarme senkrecht zum Boden stehen. Press die Oberarme aktiv in den Boden. Achtung. Es wird ein bisschen dynamischer. Mit der nächsten Einatmung schick dein Becken wieder nach oben. Den Po festmachen. Ausatmen. Absenken. Einatmen. Wieder heben. Bisschen schneller. Ausatmen. Absenken. Noch dreimal so. Einatmen. Becken heben. Stückchen höher. Ausatmen. Tief. Ein. Becken hoch. Lass dein Gesäß hier richtig arbeiten. Ausatmen. Absenken. Letztes Mal. Einatmen. Becken heben. Achtung. Hier bleiben. Rechtes Bein Richtung Decke strecken. Den Fuß pointen. Und die linke Ferse vom Boden lösen. Ganz genau. Pulsieren hier. Für. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und noch einmal. Für. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Halten. Halten. Höhe halten. Und ablegen. Puh. Sehr gut. Das Schöne ist, wir haben zwei Gesäßhälften. Also das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Bring deinen linken Fuß aufs rechte Knie. Flex den linken Fuß, um dein Knie zu schützen. Unterarme wieder senkrecht zum Boden. Und los geht's. Mit der Einatmung, dein Becken heben, den Po wieder richtig festmachen, ausatmen, absenken. Ein Becken heben, ausatmen, absenken. Noch dreimal so. Einatmen, schieb dein Becken nach oben, höher, ausatmen, tief. Ein Becken hoch, Po festmachen, aus, absenken. Letztes Mal. Einatmen, Becken heben. Achtung, hier bleiben. Linkes Bein senkrecht Richtung Himmel strecken, den Fuß pointen und die rechte Ferse vom Boden lösen. Komm auf die Zehenspitzen. Becken ein bisschen höher schicken und dann geht's los. Pulsieren. Für fünf, vier, drei, zwei, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf und noch einmal. Fünf, vier, drei, zwei, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf. Halten, halten, halten. Und dann das Ganze auflösen. Huh. Sehr gut. Nochmal kurz den ganzen Körper strecken. Beine ausschütteln. Ganz lang machen. Und dann die Beine wieder anwinkeln. Unter die Kniekehlen greifen. Und über den Rücken nach vorne und zurück wippen. So ein paar Mal Geschwindigkeit reinbringen. Und dann für eins, zwei und drei die Unterschenkel kreuzen und von hier aus in deinen Vierfüßlerstand kommen. Mit der nächsten Einatmung komm ins geführte Hohlkreuz. Nimm die Schultern zurück. Ausatmen, mach dich ganz rund, saug den Nabel ein. Einatmen, Hohlkreuz, Brust und Herz heben. Ausatmen, komm in den Katzenbuckel, ganz rund werden. Noch dreimal so. Einatmen, öffnen, heb dein Herz. Ausatmen, vom Becken aus geführt in den Katzenbuckel. Einatmen, öffnen, Blick leicht heben. Ausatmen, den Rücken maximal runden, saug den Nabel richtig ein. Letztes Mal. Einatmen, Hohlkreuz, öffnen. Und ausatmen, ganz rund werden. Achtung, nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken. Von hier aus, bring die Unterarme zum Boden. Vom Abstand ungefähr so, dass du deine Oberarme greifen kannst. Und dann stell ein Fuß nach dem anderen nach hinten auf und komm in den Unterarmstütz. Halte hierfür einen Atemzug. Tief ein. Und aus. Und dann wandere deine Füße etwas weiter nach hinten auf deiner Matte. Und lasse deinen Bauch nun zum Boden sinken. Erde deine Fußrücken für die Swings. Deine Schultern befinden sich jetzt direkt über deinen Ellenbogen. Achtung, atme ein hier. Schieb dein Brustbein nach vorne und oben. Und mit der Ausatmung heb dein Becken, die Knie bleiben am Boden, der Blick geht zum Nabel. Sehr gut. Einatmen, wieder ablegen, Swings, Schultern zurück, Herz heben. Ausatmen, Becken anheben, aktiviere dein Zentrum, Blick geht Richtung Nabel. Einatmen, wieder ablegen, Swings. Stell dir vor, du kannst auf deiner Matte nach vorne robben. Ausatmen, Becken anheben, den Nabel richtig einsaugen. Einatmen, kommt zurück, Swings. Herz öffnen. Achtung, ausatmen, Becken anheben. Und dieses Mal die Knie mitnehmen, Blick wieder zum Nabel. Sehr gut. Noch zweimal so. Einatmen, geführt zurück in die Swings. Nimm die Schultern zurück. Ausatmen, Becken heben, Blick zum Nabel, Knie heben mit an. Letztes Mal so. Einatmen, ablegen, öffnen. Und ausatmen, Becken heben, den Nabel einsaugen, den Rücken tendenziell runden wie im Katzenbuckel. Und hier halten für 10, 9, 8, 7, 6, 5, runder werden, 4, 3, 2, 1, halten. Und dann ganz langsam und geführt komplett ablegen. Arme entspannt neben dem Körper. Kopf zu einer Seite. Kurz nachspüren. Wenn du magst, dein Becken von links nach rechts schaukeln, um den unteren Rücken zu entlasten. Und dann den Kopf mal zur anderen Seite drehen. Und auch hier diese Pause, den Moment der Ruhe einfach nur genießen. Atme nochmal tief ein. Und aus. Dann bring die Stirn zurück zum Boden. Bring die Hände unter deine Schultern und stülp die Füße um. Wir wollen uns von hier aus direkt in die Liegestützposition pressen. Achte darauf, dass dein Körper dabei fest bleibt wie ein Brett und du nicht im unteren Rücken kollabierst. Los geht's. Atme ein hier. Knie vom Boden lösen. Bauch fest. Und mit der Ausatmung presse dich kontrolliert nach oben in die Liegestützposition. Sehr gut. Weiter geht's. Heb von hier aus deinen rechten Fuß vom Boden. Dein Becken bleibt auf einer Linie ausgerichtet. Aktive dein Zentrum. Zieh den Nabel ran. Von hier aus komm einmal auf die linken Fingerkuppen. Und wenn du kannst, probiere mal deinen linken Arm nach vorne auszustrecken. Genau. Zieh dich lang nach vorne und hinten. Verlagere dein Gewicht gleichmäßig in Arme und Beine. Mach den kompletten Körper fest. Achtung für eine kleine Challenge. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung bring Knie und Ellenbogen unter dem Bauch zusammen. Sehr gut. Wir probieren es noch zweimal. Einatmen. Zieh dich auseinander. Es darf wackeln. Ausatmen. Knie und Ellenbogen unter dem Bauch zusammenführen. Rücken runden. Einatmen. Finde wieder Länge. Arm und Bein strecken. Ausatmen. Letztes Mal Knie und Ellenbogen zusammen. Einatmen. Strecken. Und ausatmen. Komm in die Ausgangsposition zurück. In dein Liegestütz. Wir machen gleich weiter mit der anderen Seite. Also. Hebe nun dein linkes Bein vom Boden. Saug den Nabel ein. Komm von hier aus auf deine rechten Fingerkuppen. Und dann probiere deine rechte Hand vom Boden zu lösen. Und streck den rechten Arm nach vorne aus. Spür mal, wie dein gesamter Körper hier arbeitet, um dich in der Balance zu halten. Konzentration und Fokus finden. Dann atme ein hier. Zieh dich mehr in die Länge. Atme aus. Rechter Ellenbogen, linkes Knie wollen unter dem Bauch zusammen. Noch zweimal so. Einatmen. Zieh dich auseinander. Ausatmen. Knie und Ellenbogen wollen zusammen. Nabel einsaugen. Letztes Mal. Einatmen. Strecken. Und ausatmen. Knie und Ellenbogen zusammen. Den Rücken runden. Ein wieder strecken. Und ausatmen. Alles auf Anfang zurück. Bring die Knie zum Boden. Komm in die Haltung des Kindes. Leg die Stirn ab. Und streck die Arme lang nach hinten aus. Entspann die Schultern. Die Ober- und Unterarme. Die Hände. Und spüre hier einfach nur nach. Nimm mal wahr, was diese Übung mit dir gemacht hat. Und welche Bereiche deines Körpers vielleicht ganz besonders gefordert wurden. Und dann atme noch mal tief ein. Und aus. Und dann roll von hier aus nach oben auf. Komm in den Fersensitz. Atme ein. Bring die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus. Verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken. Einatmen. Zieh die Faust nach hinten. Heb dein Herz. Und mit der Ausatmung bring die Stirn noch einmal Richtung Boden. Und zieh die Faust lang nach vorne Richtung Kopf. Spür in deinen oberen Rücken. Spür in den Bereich zwischen deinen Schulterblättern. Und dann schenke dir auch hier noch einen ganz aufmerksamen Atemzug. Ein. Und aus. Nächste Einatmung. Zieh dich die Faust wieder nach hinten. Heb den Oberkörper. Und mit der Ausatmung löse auf. Bring die Hände zum Boden. Und komme über den Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund. Entscheide hier intuitiv, ob du im statischen herabschauenden Hund bleiben möchtest. Oder ob du hier lieber etwas mehr Bewegung integrierst. Indem du deine Fersen abwechselnd Richtung Boden schiebst. Dein Becken von links nach rechts schiebst. Deine Schultern bewegst. Mal zur linken oder rechten Seite schaust. Mach das, was sich jetzt gerade in diesem Moment gut anfühlt. Spür deinen Körper. Und vor allem spür deinen Atem. Wunderbar. Dann pendel dich langsam wieder ein. Und roll mit deiner nächsten Einatmung wie eine Welle nach vorn in die schiefe Ebene. Ausatmung. Senk über die Knie am Boden ab. Einatmen. Roll die Schultern zurück. Kleine Kobra Oberkörper heben. Aus. Leg mit Länge ab. Stirn zum Boden. Einatmen. Schieb dich zurück Richtung Fersen. Stirb die Füße um. Und aus. Streck die Beine. Herabschauender Hund. Einatmen. Hier. Aus. Komm an den Anfang der Matte. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Nochmal so. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Fingerspitzen zum Boden. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Alles loslassen. Achtung. Nächste Einatmung. Richte dich auf. Arme über die Seiten heben. Und mit der Ausatmung. Bring die Hände vors Herz. Berghaltung. Tadasana. Sehr gut. Weiter geht's. Einatmen. Arme über die Seiten heben. Ausatmen. Tauch ab. Ganze Vorbeuge. Umgreife hier mit den ersten beiden Fingern deine großen Zehen. Yogi Toe Grab. Atme ein. Halbe Vorbeuge. Zieh den Rücken in die Länge. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Zieh dich mehr Richtung Zehen ran. Einatmen. Nochmal halbe Vorbeuge. Beine gerne leicht gebeugt. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Die Ellenbogen zeigen nach außen. Ein. Halbe Vorbeuge. Aus. Ganze Vorbeuge. Zieh dich mehr ran. Genau. Achtung. Nächste Einatmung. Halbe Vorbeuge. Fingerspitze wieder zum Boden. Und Ausatmung. Tritt zurück. Schiefe Ebene. Yoga Liegestütz. Einatmen. Hier halten. Bauch fest. Ausatmen. Halb oder ganz. Am Boden ablegen. Ein. Kobra oder aufschauender Hund. Nimm die Schultern zurück. Aus. Herabschauender Hund. Adho Mukha. Svanasana. Atme tief durch die Nase ein. Und vollständig durch den geöffneten Mund wieder aus. Sehr gut. Wir machen weiter mit unserer stehenden Sequenz. Dafür atme ein. Heb dein rechtes Bein. Atme aus. Rechts Schritt nach vorn. Zwischen die Hände. Einatmen. Richte dich auf. Arme über die Seiten heben. Ausatmen. Setz dich tief. Krieger 1 Variante mit gehobener linker Ferse. Verschränk die Hände hier. Außer den Zeigefinger. Dann atme ein. Zieh den Oberkörper mehr in die Länge. Atme aus. Dreh nur deinen Oberkörper mehr auf zur rechten Seite. Nochmal so. Einatmen. Mehr Länge finden. Rippen einsammeln. Ausatmen. Dreh mehr auf zur rechten Seite. Nutz deinen aktiven Core. Einatmen. Länge. Ausatmen. Mehr aufdrehen. Achtung. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung twiste auf zur rechten Seite. Linken Ellenbogen übers rechte Knie. Handflächen aufeinander. Dein rechtes Bein bleibt tief gebeugt. Rechtes Knie ist über dem rechten Sprunggelenk ausgerichtet. Atme tief ein und aus. Achtung. Nächste Einatmung. Richte dich wieder auf. Komm zurück. Krieger eins. Atme aus. Krieger zwei. Arme parallel zum Boden. Linken Fuß seitlich quer aufgestellt. Einatmen. Rechter Arm zieht nach vorn. Handfläche zeigt nach oben. Ausatmen. Lehn dich zurück. Reverse Warrior. Ein. Komm zurück. Krieger zwei. Rechtes Bein wieder mehr beugen. Ausatmen. Gestreckter seitlicher Winkel. Rechte Hand zum Boden. Linker Arm zieht lang nach oben Richtung Decke. Wenn du kannst, schau nach oben zur linken Hand und dreh dich hier noch ein Stückchen mehr auf. Optional komm in die gebundene seitliche Winkelhaltung. Rechte Hand greift linkes Handgelenk hinter deinem rechten Oberschenkel. Bleibe für einen Atemzug in deiner Variante. Ein. Und aus. Wenn du im Bein bist, dann löse auf. Bring die rechte Hand zum Boden. Linken Arm heben. Gemeinsam einatmen hier. Und mit der Ausatmung linke Hand zum Boden. Linkes Knie erden. Rechte Hand außen vom rechten Fuß aufgestellt. Low Lunge. Dann atme ein. Heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus. Lass dich hier noch tiefer nach unten sinken. Entweder bleibe einfach hier und schließ die Augen. Oder wenn du mehr willst, dann verschränk die Hände hinter deinem Gesäß. Zieh die Faust nach hinten und heb die Brust für einen kleinen, aber feinen Herzöffner. Aktiviere dein Zentrum. Zieh den Nabel ran, um deinen unteren Rücken zu schützen. Nächste Einatmung. Die Arme wieder heben. Und Ausatmung. Hände zum Boden. Tritt zurück in den dreibeinigen Hund. Rechtes Bein in der Luft. Rechte Hüfte öffnen. Bein beugen. Und wenn du magst, in Wild Thing kommen. Einatmen hier. Becken höher schicken. Und mit der Ausatmung kommt zurück in den dreibeinigen Hund. Einatmen, rollen nach vorn. Dreibeinige, schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab, halb oder ganz. Ein, Kobra oder aufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Großartig. Ein Zwischenatemzug hier. Tief ein. Und aus. Andere Seite. Atme ein. Heb dein linkes Bein. Atme aus. Links, Schritt nach vorn, zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf. Arme über die Seiten heben. Aus, setz dich tief. Krieger 1 Variante mit gehobener rechter Ferse. Verschränk die Hände, außer den Zeigefinger. Atme ein. Zieh den Oberkörper mehr in die Länge. Atme aus. Dreh nur deinen Oberkörper mehr auf zur linken Seite. Nochmal so. Einatmen, mehr Länge finden. Bauch fest. Ausatmen, dreh mehr auf. Zur links. Benutz dein aktives Zentrum. Einatmen, Länge. Ausatmen, mehr aufdrehen. Achtung. Atme ein hier. Und aus. Twister auf zur linken Seite. Rechten Ellenbogen übers linke Knie. Handflächen aufeinander. Linkes Bein bleibt tief gebeugt. Linke Hüfte tendenziell mehr zurück. Rechte nach vorn. Atme hier ein. Und aus. Sehr gut. Achtung. Nächste Einatmung. Komm zurück. Krieger 1. Ausatmung. Krieger 2. Arme parallel zum Boden. Rechten Fuß seitlich quer aufgestellt. Einatmen. Linke Arm zieht nach vorn. Handfläche zeigt nach oben. Und ausatmen. Lehn dich zurück. Reverse Warrior. Einatmen. Komm zurück. Krieger 2. Linkes Bein wieder mehr beugen. Und ausatmen. Utita Pasvakonasana. Linke Hand zum Boden. Rechter Arm zieht nach oben Richtung Decke. Genau wie auf der anderen Seite. Wenn du kannst, schau nach oben zur rechten Hand. Und dreh dich noch ein Stückchen mehr auf. Und komm auch hier optional in die gebundene seitliche Winkelhaltung. Linke Hand greift rechtes Handgelenk. Roll die rechte Schulter mehr zurück. Versuch dich auch hier mehr aufzudrehen. Ein Atemzug in deiner Variante. Wenn du in der gebundenen Haltung bist, dann löse auf. Linke Hand zum Boden. Rechten Arm heben. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung tiefer Ausfallschritt. Rechte Hand zum Boden. Rechtes Knie und rechten Fußrücken erden. Die linke Hand außen vom linken Fuß aufgestellt. Dann atme ein. Hebe die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus. Lass dich tief nach unten sinken. Entweder hier bleiben. Oder wenn du mehr willst, verschränk die Hände hinter deinem Gesäß. Zieh die Faust nach hinten. Und lass dein Herz strahlen. Egal in welcher Variante du bist. Atme tief ein. Und aus. Nächste Einatmung. Die Arme wieder heben. Und Ausatmung. Hände zum Boden. Tritt zurück in den dreibeinigen Hund. Linkes Bein in der Luft. Linke Hüfte öffnen. Bein beugen. Und gerne in dein Wild Thing kommen. Einatmen hier. Becken höher schicken. Und mit der Ausatmung geführt und kontrolliert zurück in den dreibeinigen Hund. Sehr gut. Einatmen. Rollen nach vorn. Dreibeinige schiefe Ebene. Ausatmen. Senk ab. Halb oder ganz. Ein. Kobra oder aufschauender Hund. Aus. Herabschauender Hund. Wundervoll. Atme hier tief ein. Und aus. Nochmal so. Tief einatmen. Und lösend ausatmen. Sehr schön. Für die halbe Taube. Atme ein. Heb dein rechtes Bein. Ausatmen. Bring deine rechten Unterschenkel zum Boden. Rechtes Knie will nach rechts. Erde dein linkes Bein. Wandere mit deinem linken Knie etwas weiter zurück. Linker Fußrücken liegt auf. Wenn dein Gesäß hier in der Luft schwebt, dann polstere bitte unbedingt deine rechte Seite mit einem Kissen oder einer Decke aus. Dann atme ein hier. Komm auf die Fingerkuppen. Öffne dein Herz. Und mit der Ausatmung wandere deine Hände nach vorn. Und leg deine Unterarme und deine Stirn komplett am Boden ab. Entspann die Schultern. Lass deine Arme und Finger ganz schwer werden. Spüren die Öffnung deiner rechten Hüfte. Nimm die Dehnung hier ganz bewusst wahr. Noch drei Atemzüge hier. Versuche ganz still zu werden und dich gar nicht viel zu bewegen, sondern einfach nur zu bleiben. In dieser Position, in dieser Haltung, in diesem Moment. Atme nochmal tief ein und aus. Dann komm langsam wieder zurück. Richte dich auf. Schieb deinen linken Fuß um und schieb dich zurück in den dreibeinigen Hund. Gern die Hüfte mal öffnen. Gern die Hüfte mal öffnen. Bein beugen. Fußgelenk kreisen. Mit der nächsten Einatmung. Bein wieder strecken. Hüfte schließen. Und Ausatmung. Fuß absetzen. Herabschauender Hund. Andere Seite. Einatmen. Heb dein linkes Bein. Ausatmen. Bring deinen linken Unterschenkel zum Boden. Knie zeigt nach links. Fuß nach rechts. Mit dem rechten Bein hier wieder etwas mehr zurückwandern. Den rechten Fußrücken erden. und optional die linke Gesäßhälfte polstern. Atme ein hier. Komm auf die Fingerspitzen. Heb dein Herz. Atme aus. Wandere mit deinen Händen nach vorn. Leg die Stirn am Boden ab. Und genieße deine halbe Taube auch auf dieser Seite. Lass deinen Körper schwerer. Und dein Atem tiefer werden. Spür die Dehnung in deiner linken Hüfte. Aber auch in der Außenseite deines Oberschenkels. Vielleicht sogar in deinem Gesäß. Auch hier noch drei ganz tiefe Atemzüge. Lass deine Gesichtszüge weich werden. Entspann den Kiefer. Die Stirn. Entspanne jeden einzelnen Finger. Atme noch mal tief ein. Und aus. Und dann komm langsam wieder zurück. Stell die Hände auf. Schieb den rechten Fuß um. Und schieb dich zurück in den dreibeinigen Hund. Hüfte gerne wieder öffnen. Hüfte gerne wieder öffnen. Bein beugen. Fußgelenk kreisen. In der nächsten Einatmung, Bein strecken, Hüfte schließen und ausatmen, herabschauender Hund. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung wandere nach vorne durch und komm ins Sitzen. Stell die Füße auf, greif unter deine Kniekehlen und dann roll von hier aus Wirbel für Wirbel nach unten ab und komm in Rückenlage. Winkel die Beine an, umarm dich, mach dich zu einem ganz kleinen Päckchen. Dann nimm wahr, wie dein unterer Rücken den Boden berührt. Nimm die gesamte Rückseite deines Körpers wahr. Und dann beginne über deinen unteren Rücken zu kreisen. Schenke dir hier so eine ganz wohltuende Massage. Erlaube dir langsam zu sein. Entspann dabei deine Schultern und schließe gerne deine Augen. Und dann kreis in die andere Richtung, ganz achtsam, ganz liebevoll dir selbst und deinem Körper gegenüber. Entspann den Kiefer. Entspann den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Lass deine Gesichtszüge ganz weich werden. Und dann pendel dich wieder in der Mitte ein, stell die Füße mattenbreit auf und streck die Arme zu beiden Seiten aus. Für unsere abschließende Drehung atme ein hier und mit der Ausatmung lass beide Knie rüber zur rechten Seite sinken. Optional bring deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie, um die Drehung zu verstärken. Der Blick geht nach oben oder zur linken Seite. Lass deinen Bauch wieder weicher werden. Schließe gerne sanft deine Augen. Genieße diese wohltuende Position. Genieße diesen wundervollen Twist. Atme nochmal tief ein. Und aus. Und dann löst den rechten Fuß vom Knie. Komm zurück zur Mitte. Und lass die Knie jetzt rüber zur linken Seite fallen. Optional linken Fuß auf rechtem Knie. Blick nach oben oder zur rechten Seite. Erlaub dir immer mehr loszulassen. All das gehen zu lassen, was war. Erlaub dir, dich jetzt einfach nur noch auf das zu besinnen, was ist. Jetzt gerade, in diesem Moment, auf deiner Yoga-Matte. Atme nochmal tief ein. Und aus. Lös den Fuß vom Knie. Komm zurück zur Mitte. Winkel die Beine an. Bring die Stirn zu den Knien. Und dann atme nochmal tief, tief ein, ein, ein. Halte, halte, halte. Und mit der Ausatmung löse auf. Streck die Beine aus. Leg die Arme bequem neben deinen Körper. Und schließ die Augen für Shavasana. Nutze deine Schlussentspannung. Dein Shavasana. Um ganzheitlich von deiner Asana-Praxis zu profitieren. Gib ab. Lass dich fallen. Genieße die Ruhe. Ganz für dich. Ganz für dich. Ganz für dich. Bei. Von blem. Technischen�me. Luigi. GanzER. Det allemal, hot kok. 嘛. Genieße die Ruhe. Gaat. Anna, hogeinya. Vor Geros. Machtula. Schwkm. Haw look. Kayla schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kreis die Handgelenke, die Fußgelenke. Streck und räkel dich, bring Bewegung rein. Und dann finde allmählich den Weg über eine Seite ins Sitzen. Gerne den Schneidersitz. Atme ein, heb die Arme nochmal über die Seiten nach oben, ganz kraftvoll. Atme aus, bring die Hände vors Herz. Senk den Blick, lass die Daumen deinen Brustbein berühren, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen. Und dann spür die Lebendigkeit, spür das Leben, spür das Feuer in dir. Nimm die Energie wahr, die du durch diese Yoga-Einheit freigesetzt hast. Und dann bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für Yoga genommen hast, für deine Zeit auf der Yoga-Matte. Vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Musik Musik Musik